Ich grüße erstmal eine Runde Elements of Crime Der hätte es noch nicht kennen, neues Spielepaket. Aber sieht man schon öfters. Mal schauen. Ich habe die Schmierer schon wieder. Da ist der Koffer da oben, also rechts hinten 3 Euro drin, 3,6 Euro, mal schauen, wenn der Polizeibahn kommt dann nichts, dann löscht die ganze Beute. Also die Koffer werden dann in der Form vernichtet. 3,54 Euro dran. 4,72 Euro. Das müsste man jetzt theoretisch auch nehmen können. Aber naja, 6,62 Euro drin. 7 Euro drin. Kleine Gewinne zwischendurch. Nicht so viel. Abrock 9,75 Euro. Oh, ne, da ist er noch nicht. Jo, gerade an den. Na ja. Warte, die beschlagnahmt, okay. Tja, so schnell. Geht's bergab. Na, schon geht man nicht das Spiel. Hier. Ja, sein. Ja, sein. Geht's bergab. Ne, das ist, da geht's. Ne. 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 8-9 Euro ist Einsatz, sollte man um den Koffer schon auflösen. Zum nächsten Polizeiwein, da wird der Spielwechsel, so unnukrativ. Nichts, was anderes. Cyborg Taurus, schöne Symbole, da kriegt man Augenkrebs von. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Die Wiener, das ist kein Problem. Passiert gar nichts. 1,60€ hier kannst du ein Ei drauf braten. Das war klar, dass die Fratze kommt. Hmm, das ist ja nicht ein Leiden genommen. Ja, also ich weiß nicht, ich kann nichts mehr anfangen mit dem Spiel. Sorry, aber die Quoten sind da so am Arsch. Da steht ja gar nichts. Rasputin-Nachbau. Was nicht von der Spielspass da sein soll, wenn jede zehnte Sekunde die Fratze da reinkommt. Keine Ahnung. Komplett fehl am Platz dieses Spiel. Keine Regierung, null Regierung. Pfff, ein bisschen drauf, man. Das Kratzer, links hoch. Sonst kriege ich ja gleich auch einen Krebs. Geht sofort weiter. Fahrerohr auf Debs, schauen wir mal wie es da läuft. Ja, voriges Spiel, kann ich euch auf keinen Fall entfernen. Also ist ein Gates hier. Habe ich schon mal gespielt, das geht noch hier. Aber naja, da habe ich auch schon wieder ein paar Sachen gesehen, die mir auch nicht so gefallen haben. Aber mal alles ausprobieren. Dann so raus. Schöne Grafik, ob das hier nichts ist, ist das Problem. Ja, komm mal. Das war's. Das war's. Da noch stehen zwischendurch. Oh, nicht schlecht. Keine Gewinner. Das ist, weiß ich nicht, ganz anders in Erinnerung. Das wird anders in Erinnerung. Das war's. 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 Ach, aber eben schlimmer finde ich. Das wär wahrscheinlich auch nochmal etwas spielen. Na ja, guck mal mal. Na gut Leute, ich mach da noch mal Schluss. Ist nix passiert. Außer Spesen ist nix gewesen. Ja, lass trotzdem mal ein Abo da. Für den Spielablauf kann ich leider auch nicht. Letzte Chance. Die Quoten sind halt im Arsch. Wollte einfach mal kurz reinschnuppern. Ein paar andere Spiele. Ja, das ist da rausgekommen. Also außer Spesen nichts gewesen. Gut Leute, wie sehen Sie uns an der Frische und immer schön sauber und umbleiben.